wir kriegen jetzt ein haustier seltenes sonnige ameise und heute spielen wir wieder wie ihr sehen könnt eine runde roblox simulator und heute machen wir oder spielen wir den rasenmäher simulator wir haben hier ein ausrufezeichen ich weiß nicht woran das liegt ich denke aber nur dass man darauf wird wir müssen jetzt hier anscheinend den rasenmähen so ihr seht hier habe ich eine tankanzeige und man kann hier anscheinend im shop unter rasenmäher rasenmäher kaufen und oder gas tanks die ganzen tanks dass man einfach länger praktisch das ja alles verkaufen kaufen kaufen kann länger hier waren kann eine will hier kann man das auch kaufen aber das kann man glaube ich nur für warbox kaufen weswegen das nicht machen werde lehrer lehrer tank tank auffüllen okay jetzt kann okay so tankt man anscheinend das auf nächste welt die nächste welt kriegen wir praktisch wenn wir das ja alles gemacht haben wie teuer ist neuer rasenmäher 450 ok ja hier ist ein stein kann man ja auch weg machen oder was mal geil ich glaube man muss ja alles irgendwie weg machen ja mein tank ist schon wieder leer okay also das mit dem tank ist echt schon nervig aber macht nichts so ich glaube wir holen uns mal neuen rasenmäher gut gehen wir mal hier drauf rasenmäher fünf weitere dinger 450 kaufen war so danach kaufen wir uns in 400 euro tank ja jetzt sind wir auf jeden fall schon schneller machen wir mal kurz den felsen weg so so bam oh wir kriegen jetzt ein haustier okay seltenes sonnige ameise ja rein da ach mein tank ist leer oh jetzt sind wir sogar schneller geworden was macht er denn speed ist schneller schaden und sowas ist schneller okay 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 also wenn man schneller laufen möchte muss man hier anscheinend eier sammeln aber mein haustier macht das sogar jetzt mit weg oh ich sehe gerade wir haben jetzt 400 kaufen wir uns hier mal den jetzt haben wir 500er tank gut dann sparen wir jetzt auf jeden fall auf den für 2000 so bam gut jetzt haben wir schon 600 weg gemacht zack 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 wir haben gleich die nächste welt sogar schon so bam 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 gut was sollen wir denn jetzt weg machen jetzt haben wir das hier geschaut ah jetzt muss man das neu machen ach die nächste welt kriegt man gar nicht so einfach oh hier ist ein Ei glaube ich ja ich habe ein neues Ei bitte wieder ein seltenes selten 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 gar gemeinsame eine rote ameise okay ist auch gut drin so jetzt müssen wir wieder nach da hinten hinlaufen machen wir einmal wird das mal immer wieder auf sagt und weiter wird gemäht bis wir die nächste welt haben dann gehen wir in die neue welt die neue welt kann man mit Gras einfach nur holen. Okay. Neues Level freigeschaltet. Trockene Wüste. Okay. Ah, hier mäht man das, oder was? Ja, okay. Wollen wir mal gucken, wie teuer so ein Ei ist? Okay. Brauchen wir gar nicht gucken. So, Rasenmäher. Da können wir auf jeden Fall einen noch nicht holen. Für 2.000, ne? 4.000 brauchen wir insgesamt. Was ist das denn hier? Ich habe irgendwas eingesammelt. Egal. Bam, bam, bam. So, schön hier den Rasen einmal mähen. Wo muss man denn jetzt hier teleportieren? Ne. Wo muss ich denn jetzt den Tank auffüllen? Ach, hier. Das ist geil. Man kann hier auch einfach den Tank auffüllen. Mehl 7.400 Gras fürs nächste. Okay. Gut. Füllen wir erstmal hier unser Tank wieder auf natürlich. Bam. So, machen wir mal hier einfach alles am Rand. Boah, wie schnell der Tank hier leer geht, ne? So, wir machen das jetzt gemeinsam mit unseren Tieren weg, hier. Kaktus. So, geh weg hier. Zack. Also unser Tank geht hier bei diesem Level sehr schnell weg. Okay. 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 1.900. So. Machen wir jetzt mal hier die Spur. Oh, wir können uns einen neuen Rasenmäher kaufen. Machen wir hier den Tomatenmäher. Wir haben uns den Tomatenmäher gekauft. Und dann kaufen wir uns auf jeden Fall danach noch den Dualtank. Das ist nämlich der neue. Okay. Und der kostet 2.000. Gut. Haben wir auf jeden Fall jetzt einen besseren Rasenmäher. So, machen wir das hier mal auch kaputt. So. Zack, zack, zack. Boah, der Tank ist schon wieder leer. Okay, wir müssen auf jeden Fall einen neuen Tank kaufen. So viel steht fest. So. Kann man hochgehen. Danke. Let's go, let's go, let's go. Egal, wir lassen den Kaktus einfach mal Kaktus sein. Und machen jetzt hier erstmal alles weg. Oh yes, der Buller wendet dir, du kleines Tier. Oh yes. So, geh weg hier. So, einmal weg. Och man. Dieser Tank, ne? Der geht mir echt auf den Sorg. Auf den Senkel geht der mir hier einfach. Aber egal. So, geh einmal bis nach ganz oben. Please. Danke sehr. So. Wo haben meine Tiere das gemacht? Warum meine Tiere haben das so weg gemacht? Egal. So, wir haben jetzt gleich die 2000. Dann können wir einen neuen Tank kaufen. Gib mir die 2000. Ich will die haben. Die 2000. Die brauche ich. Danke. So. Gas Tanks. Äh. 2000. So. 14.000. 12.000. Okay. Ja, die machen das jetzt echt so lange, bis das weg ist, tatsächlich. Und in der Zeit kann man hier einfach so Rasen mähen. Das ist ja voll geil. So, ich mache hier mal alles weg und da noch. So. Dann tanke ich das hier einmal und dann packe ich, äh, packe ich. Und dann mache ich das, gehe ich mal kurz zu den Tieren. Oh, hier ist ein Ei. Ein gestreiftes Ei. Bitte ein Epic. Bitte ein Epic. Ah, eine rote Ameise. Oh. Oha, aber der ist auf Stufe 2, ne? 65. Name. Ist der besser? Am besten ausrüsten. So. Okay, wir haben die besten ausrüstet. Macht mal schön hier den Kaktus. Ah, wir haben hier wieder ein Ei, glaube ich. Ah, nee, doch nicht. So. Zack, zack, zack. So, schön hier den ganzen Tag einfach nur Rasen mähen. Das ist doch ein geiler Job. Also, ich habe früher, Shad, ich sage schon wieder Shad. Ich habe früher immer gerne Rasen gemäht, ne? Müsst ihr wissen. Also, ich habe das geliebt. Also, wir hatten früher noch in einer Wohnung gewohnt. Ähm, ja. Und dort haben wir auch einen Garten gehabt. Jetzt haben wir auch einen Garten, aber wir haben keinen Rasen mehr, sondern Kunstrasen. Und wir haben jetzt auch ein Haus. Also, wir wohnen jetzt nicht mehr in einer Wohnung, sondern in einem Haus. Und, äh, dort. Ja. Ähm. Ja, haben wir halt einen Garten gehabt mit Gras. Und, ähm, ja, wir haben jetzt keinen Garten mehr. Äh, wir haben jetzt keinen Gras mehr. Aber wir haben halt nur Kunstras. Gras und, äh. Ja gut, Kunstgras, äh, kann man ja nicht wegsaugen. Äh, saugen. Ihr wisst, was ich meine. So. Weckmähen. Genau. Von daher, müsste es so gehen. Boah, jetzt haben wir sowas bekommen, dass wir mehr Gras wegdingsen können, oder was? Alles hier schnell wegmachen. Boah, hier kriegt man echt viel, ne? So. Gut, gehen wir mal wieder hier hin. Okay. Gasttanks? Äh, nee, Rasenmäher, ne? 12.000, genau. Okay, wir sagen, das war's auch ohne. Danke. Okay. Okay, Leute, ich würde aber sagen, das war's erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Liken ab und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung vorliegt. Aktiviert die Glocke auf meinem Kanal, das würde mich auch sehr freuen. Und auch supporten. Lasst ein Like da. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, Leute. Euer Samso. Ciao, ciao.